youtube herzlich willkommen zurück zu einer neunten folge loads of the fallen mit dem betty boy servus beieinander wo wir zuletzt hier den boss gelegt haben das ist eigentlich diese lampe hier mach mal den nächsten warte mal wie war das noch einmal mit der lampe das hat irgendwas mit online spielen zu tun der letzte also er zeigte ein gegnern von dem einer getötet worden ist irgendwie so keine ahnung schwierig musste musste googeln oder okay ich finde er will so einander jetzt irgendwie war das gezogen oder weil jetzt durcheinander bis noch gar nicht also hat noch gar nicht geraft heute wahnsinn dabei noch voll brav ich versuche sie irgendwie heraus zu zögern was okay ich bin stolz auf dich danke wir müssen das totenreich glaube ich sonst kommen wir nicht rüber da konntest du auch etwas aufheben ja und ich nämlich auch nicht ja ich habe ja gesagt wir spielen das auf deinem ding auch noch wenn wir mal zeit haben mehr ja damit du auch alles freischaltest weil sehr schade wenn es das schon mit mir spiels weißt du das und es gibt so viel freizuschalten und du das ist gar nix das ist auch horchig ja das stimmt ah oder war das wieder ein händler oder irgendwas mal hier kann man hier kann man ruhen wenn ich gerade gut also das massen totenreich rauskommen also und sagt gesagt zu mir hat nichts von der story mitbekommen ich wunderte nicht warum das wahrscheinlich beim ersten mal auch so durchgespielt oder alles weggeklickt immer in jedem game das ist so wie wo wir nun outlast und solchen spielen auch immer die ganzen nachrichten dies ja er ist so lesen schmiesen oder was soll ich werde zocken und da kann ich ja gleich buch in die hand nehmen ja genau die sollen das im bild erklären und nicht durch durch irgendwelche notizen wieder was sachen für die waffen die brauche ich ja nicht machen ich kann sie ja aber das macht die gegner also da brauchst du nicht so tragisch ist das nicht wenn du das nicht aufheben kannst was mein wasser irgendwie so viel langsamer ja aber extrem ja ja man rollt sich einfach durch das geht oder du holst einfach die lampe raus naja langsamer ich glaube dass mit der steuerung von war ich nur gewöhnungsbedürftig jetzt komme ich wieder mehr rein also ja ich habe das problem nicht gehabt ich weiß nicht was du meinst was ja du hast ja zurzeit auch glaube ich kein anderes er hat auch allen ring spielt zurzeit aber das ist ja relativ ähnlich in unserem alter das ist jetzt gefährlich wenn man mehr wie zwei spiele spielt jetzt habe ich den runter karrt und lass ich ihn unten jetzt oder du hast du den stress sag doch was wenn sie ich habe doch keinen stress du hast du stress du hast du stress ich sehe das da ist er aber stress macht aber ich habe mir schon gut geben er hat weg gesagt er hat das ja du stress und nicht ich naja ich habe gar keinen stress also für mir ist alles voll gechillt obwohl ich merke dass ich ein bisschen du drückst mich schon wieder weg ich hasse es ich bin ein bisschen angespannt heute ach so weil was fehlt noch meinst du ja aber schon lange keine zigarette also heute noch gar keine das heißt ich darf auch nichts falsches sagen weil die aggressivität ist doch sehr hoch meinst du ja du bist ganz aggressiver dann merkt am telefon ich dreimal an und red in den blödsinn daher und da bin ich schon lauter worden schreibe bist du so laut ich habe doch keine krach das muss verstehen warum hast du gegen die tür weil ich nicht ich kann nicht öffnen da stand nix bei mir so das ist nur an eine abkürze oh mein gott du ganz allein ja du warst du eigentlich die ganze zeit ich bin gar nicht dabei deswegen habe ich auch nichts auf das glaube ich auch hier unten wie hier unten da war die leiter da war doch eine leiter bei der tür naja tatsache stimmt das recht gut dass ich dem den weg erklären muss der spiel schon mal durchgespielt hat ja es ist schon wieder lang her das ist halt endlos lang auch verdammt war bei jager oder so eine spielster hat ihren schweiz stürzen so ein paar jager heißt sie wirklich so nein ich weiß nicht aber irgendwie muss ich an die barba jager denken weil ich weiß auch nicht warum aber barba jager hat doch die stelzen am haus ja ja ich weiß aber ist ja woher stich denkt dran was ist das für ein größer ding was uns da attackiert kommen die nicht irgendwie besser ran ja wollte ich gerade wollte gerade mal ich kann nicht schmeißen warum kann ich schweißen oh mein gott was macht die das meist in die meiste tieren wahrscheinlich will ein bisschen wie in elven ring spielen springern und schlagen aber das geht ja nicht einmal hat mich ein bisschen rase jetzt vor wir haben neue kleidung haben wir was ist denn das hier alles gift 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 ich hab mich doch geheilt bruder das zieht er gar nicht ich kann dich auch nicht holen jetzt dann kann ich habe ich dich geholt ja ich werde sterben und da ich habe keine ahnung mehr wir brauchen schnellen rastplatz oder so bist du bist schon weiter gelaufen und günstig grün aus ja ja ich bin vergiftet okay vergiftung ist weg mir gefällt hier nichts okay mir auch nicht da fand ich es davor wo wir waren schöner der drecks guck mag sie wieder zurück die pups sind dauernd gift das nervt mich die erinnern mich an critters kennst du critters wem nochmal die critters die gab es noch vor kremlins na da hat glaube ich sogar in einem teil hat sogar leo die caprio als junger ding mitgespielt wenn ich das richtig im kopf hab so na na tut mal leid kenne nicht die critters nicht weil die die rollen sich die rollen sich auch dann so zusammen und auch so niederladen oder kann das sagen ja genau wieso ja voll hatte ich eine videokassette von ja ja kenne ich daran hat mich voll erinnert aber die war doch komplett schwarz oder die waren doch schwarz ich glaube die war auch so ein bisschen weiß mit drin im fell also ich hab leider kein nachgebot die man hier platzieren könnt damit man ruhig von den großen leider nicht machen müssen wir aber müssen ins totenreich glaube ich ja im totenreich da kommen wir auch an diese stellten lady dran oder wenn wir die stellte hat ja machen was null schaden wir ja erwartet die städte müssen jetzt weg ach das geht okay ja dann hat hier gar nichts mehr gefährliches und ihre städten ich muss mehr anvisieren menschen merkt jedes mal so führten der schlong hier lang da hoch fährt er schlug naja wie es hier ist nicht das richtige an so ich habe hier eine brücke dann wisst ihr doch das richtige anbieter da unten nein ich bin vergiftet irgendwie gegen gift verwenden oh ja gegen gift habe ich glaube so haben wir das jetzt alles offen näher die drüben ist noch eins habe ich weiß nicht wie ich habe einiges erlebt ich habe einiges erlebt ne schau weil der führt hier nochmal wo hast du dir jetzt weg gemacht ich habe keinen plan ne hier ist er schau ich kann nicht schauen warte mal bei mir sind gegner warte mal wo ich glaube wir müssen hier wo ich bin wir müssen da durch wo diese komische pflanze ist weil dahinter ist das ding wo wir es weg machen wir kommen auf der anderen seite nicht runter da sieht man es nämlich siehst du drüben das heißt wir müssen wieder vielleicht aber na vielleicht nicht von hinten rum eben diesen weg hier gehen weißt du hinten rum ja ich weiß bei dir geht es immer hinten absolut wenn du gar nicht mehr weiter weißt dann geh einfach mal hinten rum in jeder lebenslage so ja absolut richtig ich habe nichts zum werfen ich auch nicht ach das geht deswegen komme ich nicht weg meine ausdauer lässt das ist denn so wünschen übrig ich habe leider keine hallung also ich muss echt vorsichtig sein kurz wieder achtung aber jetzt bereits gar keine chance gehabt was hat die schönes getroppt also ich drücke immer falsch überreste samen hat sie getrocknet was das heißt wir können uns einen speicherpunkt platzieren dachte da braucht man eine nachgeburt ich sag nachgeburt ich weiß nicht überreste samen und nachgeburt ist irgendein großer unterschied vielleicht in deiner welt in meiner welt ist das alles gleich was ist das für ein schlangen viel der schamane kommt ums eck wir müssen ich muss aufpassen aber ja das ist das heidin oder macht die stärke das nicht mache ich mache schon weg kein stress ich habe gerade einen schweck gemacht und auge das bekommen ja jetzt viele hier wir müssen schon langsam das totenreich verlassen ja weil wenn wir zu lange drin sind kommt ein gegner der ist verdammt ok aber gibt uns richtig gut ruhen ja aber das bringt nichts wenn du keine heilung mehr hast ja ja wir müssen das totenreich verlassen langsam schon darum hier hier ist das hier ist was ganz verlassen wir können verlassen ich finde es hier trotzdem nicht angenehmer nehmen müssen wir schnell durchziehen oh ne no 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 oh fuck ich bin gleich da ohne hier oder oh shit scheiße der war umsonst der angriff nein 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 ach der hat ja shit hat er mich erwiesen und wieder zurück ins totenreich bumm shit die haben da drin so ein arger ja lass kurz gucken irgendwo kann ich doch meine nach ich bin liege ich bin jetzt bei einer wand hängen geblieben warte kurz ich weiß es noch hier perfekt hol dich gleich wieder bett ich das jetzt gleich weg bist ich ich jetzt dort lang super charakter aufwerten ja ja nee kann ich gerade eben konnte ich es noch ja ich kann es sogar ich kann es sogar ich muss doch mir fehlt nur noch ein bisschen für noch ein level warte mal da geh mal kurz mal zerschnetzeln die typen so schnetzeln geht er zerrieren ein bisschen schnetzeln okay mach schnetzel dies so ist das ein level up ne ah da steht schon wieder so ne baba jaga ja hab jetzt auf die zunge gebissen was ich jetzt sagen wollte wäre nicht gut gewesen boah da wär der böse banzig böse worden ja das scheiß ding heide wir müssen das irgendwie loskriegen aber was halt ihn denn das arge oder was da war weißt du äh da drin muss irgendwo was sagen ja ich hab's erst gesehen aber ich glaub das ist ja ich hab's weg gemacht ok ja jetzt ist das weg aber er hat immer noch was du siehst so einen plan faden von ihm weggehen ne dann weißt du ungefähr in welche richtung das ding ist aber jetzt ist weg ach ne ist nur ne seele ok ja mama noch einer ist weg und der ist auch weg genau das muss doch jetzt reichen fürs level up das hat was getroppt sogar Bessi oooohh ja ich hab ein level up komm oh da kannst du auch nicht ah kannst du oder kannst du nicht ne ich kann nicht wie viel fehlt dir naja schon noch ein bisschen was aber egal ok warte ich die mir uh stellst du's raum aber schön dass wir da so gemütlich vorbeigehen naja gar kein Problem für uns Bessi so ich geh ein bisschen wieder auf Viteli damit ich ein bisschen mehr Leben hab aber du ist es ja gut du verlierst ja keine Runen wenn du stirbst ne so so gehma weiter hier oh da komm ich wieder nicht durch Boss ich weiß warum ja Boss he he wird's überall bist du ready für den nächsten Boss ich weiß nicht ich weiß nicht oh das stockt bei mir jetzt aber ganz schön das ging jetzt das geht bei mir jetzt easy da ist doch kein Pferd wird aber auf da so da ist war der ausweich ale das ist runswasser also da kommt da aber ich mache gar kein damage sind wir schon bereit für den ich verzauber meine waffe einfach wieder mal ja schon besser mal schauen ob ich was für die habe ich glaube die hast du achten rennungssalze schwächungsschutz und das nehme ich selber mit seinem pferd wie kann man dem ausweichen hinrollen schätze ich aber er zieht schon böse ab oder ja da kommt wieder ich dachte das sah jetzt so aus als wäre bei dir hängen geblieben steigt aber wieder ab von seinem gaul da jetzt das war mal nix ich bin tot war das gut dass die heilung für mich verschwendet hast aber die tun nicht weg müssen wir die kaputt machen oder ach so dachte dass die stärken in ihren wieder so man ich habe schon so viel auf vitalität getan und trotzdem finde ich spürt man das überhaupt nicht bei der ausdauer weil vitalität ist leben äh nicht bitte ich weiß schon das ausdauer ding halt nicht vitalität agilität aber es macht denn der für ein schaden ist doch wer wer soll ich mache mal die salze dran ich habe nur blutungswiderstand verbrennungssalze mehr habe ich nicht wer dann macht die dran der typ ist doch ein fahrer wird sicher gut brennen ja es macht sogar mehr schaden jetzt ja ja scheiße jetzt wurde meine letzte heilung verbrauchen ich habe gar keine mehr also einer der macht halt auch schaden ohne ende der typ dann hat er wieder ab da kommt er wieder ja ja so musst du ihn jetzt lernen auch aber wir haben noch nicht mal die hälfte drückt mich nicht dauernd weg ich muss mich mal auch mal im kampf drücken wo ist er jetzt ist er schon wieder am reiten doch nicht ich höre seinem pferd nur ja ja das kämpft jetzt wie das Arschloch aber wir haben die hälfte jetzt zumindest oh shit das war halt schnell alter jetzt bin ich gleich nicht am liegen ich liege alter der hat mir sogar fast von der Ausdauer weggefickt ja wenn er den Frost äh tschuldigung weggemacht tschuldigung ja pass bitte auf wie du redest äh bin ich komplett downy ja du bist ja schon einmal weg gewesen äh komplett downy okay wusste ich nicht kurz bevor du mich zurückgeholt hast warst du nämlich weg schwierig ja aber ist es nicht normal dass bei jedem Gegner weißt du wir sollten mal gucken was wir für Ausrüstung Schnellauswaltiger mitnehmen Feuersalze glaube ich war eine gute gell ja das war echt gut wo kann ich denn das ziehen einfach einmal Starrs rücken und dann hast du Wattetan Feuersalze ist weg aber ich kann wieder was anderes dafür reintun oder äh Blutungssalze vielleicht Schwächungssalze hätte ich noch er hat diesen Mana Klumpen diesen Briostahn den ganz da ich hab halt nicht viel mehr davon das ist das ja ja aber wir können wir können es ja kaufen irgendwo bei uns aber es ist eigentlich Belastung schwer du bist schwer das heißt du machst eine langsamere Rolle wie kriege ich das weg tja wenn du das hat mit deinem Ausrüstungsgewicht zu tun das heißt ich muss was wegschmeißen oder was na du müsstest zum Beispiel jetzt ein Schwert wegtun oder ein händiges Schwert kämpfen zum Beispiel oder oder eine leichtere Rüstung tragen weil ich bin Belastung Mittel das heißt mach mal eine Rolle jetzt bin ich auch Belastung Mittel jetzt ist dein Charakter auch wieder schneller unterwegs oder stimmt jetzt weiß ich warum das so behäbig war aber ich kann halt jetzt nur noch das eine Schwert nehmen das ist blöd dass ich sonst nichts mehr nehmen kann ja gut die Rüstung steht halt auch bei mir überall schwer 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 das ist das ja dann kann ich halt jetzt nur noch erstmal mit einem Schwert kämpfen ja bei mir ist halt Mittelkopf Bedeckung und Tor so aber ich will jetzt die Rüstung ist wichtig glaube ich wichtig und richtig ja so gehen sie voran ich kann ja nicht doch jetzt kann ich gerade cool jetzt kann ich nicht ja hier muss man drücken bist du bereit? ja so bereit es nur geht den kriegen wir jetzt hin oder? ja gut wobei dreimal haben wir bei der einen auch gebraucht äh bei dem einen vier warum erwischt du mich gleich beim ersten Mal? du ziehst mir mehr als die hälfte Leben ab Alter das ist doch widerlich ja der macht wahnsinnig Damage mach doch mal Feuer Salze äh hab ich keine ah verdammt jetzt habe ich wieder aus dem Ding geschaut Alter ja genau ja genau mach mich nur fertig Alter aber Feuer Salze ist ja absolut ok ja wenn du eine hast ich hab halt keine mehr ich kann Schwächung Salze benutzen mach das das macht nicht zu viel oh jetzt mach ich viel weniger Schaden wie zuvor jetzt steigt die wieder aus dem Pferd oder? ja doch doch ich bin entkommen wir können ihn von seinem Pferd runter hauen wenn er zu uns rennt diese Würmer hier die explodieren doch oh uau uau ah das war zu früh leider ach stimmt die haben ja vorne wo ist sie denn gerade? ich sehe mich oah dahinter ist sie Ach komm, meine ganze Salze ist jetzt verschwendet Ja, der ist ein Problem, der Typ Macht er schon wieder die Kacke Warum liege ich denn sofort nach einer Attacke? Das kann doch nicht sein, ich hatte fast volle Leben Ja, er ist halt stark Ja, das finde ich aber übertrieben stark So finde ich es dann wieder unlusslich Super Wir sind einfach noch nicht stark genug für ihn Na, der ruft schon der Not an Du musst dich so weit wegrollen, wenn diese Dinger da kommen Ich finde aber das Toten-Breiche gar nicht so unangenehm Da, wo ist er? Was hat er denn nur mit mir jetzt? Ja, wir haben es ge... Nein, ist er vom Pferd runter? Ja, er ist unten, er ist unten, er ist unten Da ist er, hier hinten ist er Ach komm Ich dachte, er wäre wieder drauf Aber immer mich Aber meine Salze ist auch weg Ach schade, nur 68 Grad Hab ich mir noch 200 gemacht Ah, wenn ich anrenne Und ihn dann erwische, mache ich 200 Du solltest dich heilen Oh, jetzt haben wir zusammen 300 gemacht, ne? Oh, wir haben die 300 dagegen Auf dein Schild zu klopfen, du Dann ist es jetzt für mich vorbei Weil ich kann ja nicht alleine, darf ich ja nicht Ohne Zocki darf ich ja nicht weitermachen Richtig Das ist schon krank, was der abzieht mit deinem Ding Ja, ich finde, wir sollten eher unsere Waffen aufwerten, aber wir haben ja kaum Sterne Ich habe übrigens gesehen, ne? Ich habe mittlerweile sieben Nachgeburten Ich sage es jetzt auch, wie du sagst, habe ich jetzt einstecken Aber ich kann sie halt nicht nutzen, ne? Sieben? Nein, du kannst nicht sieben haben, Bruder Ja doch, weil ich ja noch keine benutzt habe Sieben Nachgeburten Das ist schon neben die Werte dieses komische Baby-Dings-Zeichen, gell? Ja, ja, genau Ja, sieben Stück Na, ist ja auch awesome, aber wenn du sieben hast Willst du den nochmal versuchen? Ja, klar Richtig, aber, ne? Wie viele Minuten sind wir denn? 30 31 Einmal probieren wir es noch Alle guten Dinge sind drei bei uns Oder wir brauchen hier halt einen Begleiter, aber Wir haben den letzten auch ohne Begleiter geschafft Aber der war nicht so Doch, der hatte auch krass Attacken Ja, der hat auch böse Damage rausgeholt So ist nicht Aber ich finde Ja, okay, wir haben bei den anderen auch nicht viel Damage gemacht Mir geht es halt am Arsch, dass er mit seinem Pferd herumrennt Weißt du, das saut mir die ganzen Salzen, die ich mal draufhau Ah, fuck, jetzt habe ich wieder nach den Viechern schauen wollen Es kann halt nicht sein, dass der mit einer Attacke fast über die Hälfte Leben abzieht Für mich Aber ey, was dreht auch Ich bin ja auch kein Soll-Spieler, ne? Was weiß denn ich, was so einer dir abziehen darf? Du musst halt Dem Dreh lernen ein bisschen auf, verdammt Ich glaube, wir haben schon gut abgezogen jetzt da Und ich habe noch keinen einzigen Hit reingekriegt Ich schon Ich habe schon zweimal mich geheilt und habe nur noch zwei Heilungen Du musst halt rechtzeitig ausweichen, Betsy Der muss doch ein bisschen üben Das ist gut Ja, ich habe immer schon dann meistens keine Ausdauer mehr Weil nach zweimal Schlagen ist die Ausdauer weg Irgendwie, gefühlt Oh, jetzt macht er die Attacke wieder Die mag ich nicht Das ist halt auch so feige mit seinem Pferd hier Das ist bestimmt Fan von Bibi und Tina Hundertprozentig Ton, Wiener Was ist denn los mit ihm? Okay, das ist meine schlechteste Runde gegen das Ja Super, Tacke, bestimmt Ich auch Ne, ich merke schon jetzt Das war's glaube ich Meine Frustrationsgrenze ist erreicht Ne, verspreide die Heilung nicht für mich Benutze für dich Alles gut, da hat noch keiner zu einem Hit bei mir gelandet Dabei, dabei kriege ich den Breno hin Das ist die einzige Attacke, die ich lesen kann, wenn er den macht Ja, da musst du dir ein bisschen mehr Zeit lassen Ruhiger spielen Das ist wichtig Etwas ruhiger spielen Ein bisschen mehr Zeit lassen Ich glaube, das ist das, was ich nicht kann Du machst so Panik-Ausweichrollen immer Ja, ja Das ist nix Nein Oh, jetzt bin ich das erste Mal ausgewickelt Ja, jetzt hab ich nen Hit reinkriegt Wenn das Kind reinkommt, was? Ah, das macht er den schon wieder Ne, das war ne andere Was? Ah, schon wieder ein Hit reinkriegt Wenn man mich da raus hat Ah, ist ne miese Nummer Da war er gut unterwegs War er gut unterwegs Aber dann ist passiert Ah, da, da, da Das Pferdchen kommt schon wieder Oh! Da hab ich nur das Pferd geachtet Nicht auf ihn Das war jetzt knapp Ah, man Verpiss dich doch nicht jedes Mal Wenn ich Da hab ich ihn nicht anvisiert Wo ich zerbreche Ah, das ist er Ah, das ist vielleicht mein Fehler Dass ich es immer ohne anvisieren mache Oh, oh, weiß nicht, was das ist Oh, da sind diese Scheiße wieder gekillt Das ist krass, was Mama Uh, wieso nur Okay, ich kann dich gar nicht mehr holen Okay Vielleicht ist es Mir unerklärlichen Grund Vielleicht kannst du mich beim Bosskampf auch nur einmal holen So wie du nur einmal zurückkommst Na, jetzt geh ich Ja, weil er zu nah dran war Oh, das war ja nur das Pferd Das Pferd, das lenkt mich gerade ein bisschen ab Lass doch auf das Pferd, Wetzel Konzentrier dich auf den Typen Und wenn er ausdauern müsste viel schneller mal aufladen hier Alter, warum bekommt er noch so eine Pflanze raus Oh mein Gott, jetzt bin ich im Tosenreich Ah, jetzt haben wir dabei über die Hälfte schon mal Okay, jetzt bin ich paar Mal richtig ausgewichen Oh, das war auch gut ausgewichen, ne? Er ist ja gerade, er ist von irgendwas geschützt, kann das sein? Nein Er leuchtet nämlich blau Also gerade eben, jetzt nicht mehr Jemand hat er blau geleuchtet Ah, schief Jetzt geh weg von mir Warte, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee Geil Bam, geil Und jetzt da Was hast du gemacht? Nein, zu spät Ja, die Würmachtin hier überall Sehen schon weg, was wir haben bracht in seiner Nähe Das macht die Kette damage Ah, okay Ui Ah, wir sind jetzt nicht an Wo ist er, wo ist er, wo ist er Also Und Nein, wir sehen den Wurmann Ja Fuck Fuck Der hat mir wieder die Ausdauer geklaut, der Arsch Geht das immer irgendwie irgendwann wieder weg? Und ich bin Na, noch lebe ich, aber Ich bin gleich tot Ich hab einen Hit und ich bin tot Achso, meine Warte, den Prio-Stand Was ist der Prio-Stein? Der was heilt ein bisschen Oh, fuck Jetzt bin ich grad Raus irgendwie bei ihm Ah, und das war's Jetzt hat er sich komplett nur noch auf mich konzentriert Na, shit, Alter Ich konnte gar nichts mehr machen Fuck Jetzt hat man aber Weit unten mal Das war mal gut, ja Ja, aber dann würde ich sagen Probieren wir's im nächsten Part nochmal, oder? Ja, das wird dann so eine Stunde lang gehen Wo wir den Typen versuchen zu legen Das glaub ich auch Ja, Leute Dann Bis zum nächsten Mal, oder? Ja, passt Bis zum nächsten Mal Juno Haut's gut Haut's rein Ciao Waui, Alter Weiß ja Genau Ciao Ciao Ciao